So, heute ein kleines Lifehack zum Thema, wie kann man Tabletten einzeln sicher transportieren. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr bedauerlicherweise, so wie ich, manchmal Kopfschmerzen habt, zumindest eine Tablette mitnehmen. Dann, ja, kann man sich die hier ausschneiden, ein bisschen rund machen, damit die Spitzen nicht so pieksen in der Hosentasche. Nur ist es ein Problem, wenn man sie dann in der Hosentasche hat oder im Erste-Hilfe-Set oder irgendwo und dann bewegt man die, dann passiert nämlich das, diese dünne Aluminium-Fold ist schnell durch und, ja, ob die Tablette dann im Dreck liegt oder sowas, ist nicht so günstig. Deswegen ein kleiner Lifehack, so man schneidet wie gewohnt die Tablette raus und nimmt jetzt einfach, tata, ein Stück Teser-Band und klebt es auf den Rücken. So, dann kann nichts mehr passieren, diese Tablette ist geschützt, da kann man da drauf drücken, wie man will. Und jetzt kann man sie sicher einzeln transportieren. Und jetzt kann man sie transportieren.